Wir haben uns den Trailer angeguckt, Leute, aber das war halt nur der Trailer. Es gibt noch einen ganzen Film von Zada Concepts. Der geht satte 10 Minuten lang. Und der war ja schon episch, der Trailer. Und jetzt kommt das ganze Ding raus. Direkt ein Like-Button reingehauen. Solltet ihr natürlich auch machen auf YouTube. Aua. Das hört sich aber nicht so weiblich an, wie die Mä. Subscribe to SD-Concept for more amaze... And Kumar? Ein paar Easter Eggs eingebaut. Six? Ein paar Easter Eggs sind eingebaut. Well, you already know the plan. Send the world into chaos, as I go undercover through the loop. As myself. Okay, stimmiger Anfang. Ein paar Easter Eggs sind versteckt mit dem Charlie Saft dann. Oh. 65 Millionen Jahre Feuer. Okay, so war schon der Sturm auch vorhanden. Die haben wirklich einen ganzen Film gebastelt. Wie insane ist das denn? Reality log day three. One of the drawbacks of these rifts is that I don't exactly control where or when I'm heading. I've been in this reality for a few days now and man, why is every jungle in every reality crawling with venomous snakes and strange predators? Lama. All I've got to do is get off this map. And you know what's on the map? An arrow pointing to a llama. Okay. I'm in a massive jungle. How am I supposed to find a freaking llama? Warum sucht der Bob einen Lama? Er hat einen Lama gefunden. Hm. Lama gefunden. 65 Millionen Jahre in der Vergangenheit, Leute. Machen wir mit dem Kent. Oh, da ist das Lama weg. Yeet. Da ist der Meteor. Oh, Jonesy. Schlechter Zeitpunkt gewesen, ihn da zu reisen. Der Besucher. Damals schon bei den Dino-Zeit, Alter. I'm on a mission. Your job is simple. Do not let anyone escape and more importantly, do not let anyone enter. Keep the world safe at all costs. Oh. Chapter 1, Season 9. Okay. Also, Jonesy reist durch die ganzen Zeiten jetzt. Ne, der reist einfach mal so durch die ganzen Zeiten. da ist ein Schlüssel. Das haben wir schon in den ganzen Teaser-Trailern gesehen. Keine Raucherlunge, das ist echt sportlich, ne? Hm? Infrarot-Fisch. Genau. Genau so gucke ich auch, wenn ich gerade unter Wasser bin, 20 Meter unter Wasser, Luft anhalten muss und dann scheiß Infrarot-Fischsee, Leute, dann mach ich auch. Und dann kommt einfach Ketos um die Ecke. Jones, what are all these riffs? Each time you travel, you create a whole in the space-time continuum. Jones, are you hearing this? Sand. So much sand. Okay. Jetzt die ganzen Szenen, die wir in den Trailern immer gesehen haben. Boah, Jones hat so viel gekifft, der hat voll die roten Augen. Die kommen jetzt zusammen, ne? Oh. Das ist immer noch eines meiner Lieblings-Szenen, ne? Ja. Und nochmal teleportiert. Alla. Unterschiedliche Zeitlinien, ne? Der Jones, die der Feuer, da war, der ist. Gestorben. Und die Karte in der Hand. Cube. Richtig gut gemacht für eine Person. Ja, das muss man immer bedenken, und das sind nur zwei Personen, Koma und SD-Konzept. Die haben insane Arbeit in die hier reingesteckt. Und das ist sie. Hier geht's. Ich habe keine Wasser seit... Well... Well, seit ich fast schraubte. Aber... Ich kann trotzdem nicht das Gefühl, dass ich hier schon mal war. Aber... Nicht ich. Ich. Ein anderes... Ich? Aber ein anderes Ich. Die 7. Du... Lass uns das raus. Danke schön für den fünften Monat. Was geht raus? Na? Was machen die im McDonald's Garten? Alle gezogen? Realitylog 2029. Ich bin aus Rifts und ich bin runtergebrochen. Diese Maschinen-Terminators... sie wissen, woher ich bin. Sie... sie sind überall. Warum warten wir? Komm mal. Rift kaputt. Ah, da ist ein funktionierender Rift. Keine Determinatoren hat's gerafft. Hallo? Der ist immer noch... Ey, rafft er immer noch nicht, dass er gar nicht am Hörer ist? Der rafft immer noch nicht, dass er gar nicht mehr am Hörer ist, ne? Der reißt schon über alle Zeitlinien. Und der Typ immer noch Jones? Immer noch da? Realitylog. Day 1078. It's all connected. It must be. Die Rakete. Shield-Logo. Der Slama! Slama ist wieder da. Einfach vorhanden Kinofilm, ohne Witz. Oh, oh. Jemand hat den Hörer. Anfang der Zeit. Wegen dem Zero-Point. Alter. Ey, stellt euch mal vor, das wäre jetzt eine richtige Fortnite-Story. Es ist hier. Es hat hier seit langem gearbeitet. Und... Und... Es ist mein... Ich finde die Szene immer noch episch. Die Szene ist ein Szene, die ist echt geil gemacht. Ich bin endlich zurück. Und jetzt, dass ich die Grunde habe, kann ich... ...sauber... ...Reality... Ich kann jetzt die Realitäts... ...Realität retten. Hat er gesagt. Ey, das sind die gleichen Augen, die wir gerade beim Teaser hatten, Leute. Das sind die gleichen Augen, die wir gerade beim Teaser-Trail hatten. Ist es faszinierend, dass all diese Realitäten kontrolliert werden von dieser measlesen Power-Source. die Zeroport ist. Die Zeroport ist das, die sich alle unsere Welt verhältnissen. Die Stabilität ist das, die verhältnisse die unsere Realitäten verbrechen. Aber es ist niemals so unstable, so wech, so fragile. Ich bin der Fall. Nicht nur du hast alle unsere Realitäten zusammengebracht, Jones, aber du hast mir auch die Grund. Die Grund, die alle Realitäten kontrolliert. Meine Realitäten! Ah, geil! Camping Crusher hat eine Schwimmer gestorben. Richtig sweet gemacht. Die Szene mit dem Besucher zum Schluss. Besonders nice, ne? Das finde ich besonders nice gemacht. Ne, könnte ich auch ein Handmail machen. Richtig, richtig insane Arbeit. Checkt unbedingt, Leute, seinen richtigen Film aus. Hinterlasst ein Like. Und lasst das Video auch bei ihm natürlich laufen, wenn ihr könnt. Abo-Bart natürlich bei SD-Concepts gerne reinhauen. Weil das war wirklich viel insane, insane Arbeit. Mehr Arbeit als scheiße auf irgendwelchen Leuten in Barcelona zu schmeißen. Und dafür dann die ganze Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber wie so oft. Hier. Und. Und dann ist das Video auch bei uns.